Gibt's mir aber Geld zu verteilen? Nein, aber ne Waffe! Wunderbar, ich will dem Manitionsrecht. Okay... Die Bullen sterben hier wohl wie die Fliegen, ne? Wow, 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 wow! Ja, ja, behalt die Karre! Nein! Ne, ich meine die Karre, die da drin steht, du bist jetzt nicht! Blister! Ach, er hier mit dem Drogenkonsum! Einmal Drogenkonsum und so, weißt du? Ich spreche über eine Hotline, straight to heaven. Das dieses Staat macht illegal! Ja, das ist das, was ich spreche. Ich weiß gar nicht, dass die Refund. Sie haben die Vögel. Ich habe die Wahl gesehen, das ist eine Lüge. Es ist Demokratie in Arbeit, Amigo. Demokratie kann mein Fattig machen. Demokratie nur funktioniert, wenn es die intelligenten Menschen tun, was sie wollen. Das ist tyranny von morons. Ja, also... Ja, ich habe Dinge in einem kleinen Ort, wie die Realität. Du willst einen Drogenkonsum? Nein, ich bin ein Drogenkonsum. Das ist nicht Buschweed. Das ist Mana. Und ich habe es selbst gewohnt. Keine Paranoia, keine Vergnung. Ein Passport zu Nirvana. Fuck, gib mir das. Ja, hier, du wirst du es. Ja, ich habe alle Tage, und ich bin gut. Ich bin gut. Es ist eine pure Mellowheilung. Aber ich bin sehr interessiert über die Monster. Ja. Ich meine... Ich bin sicher, dass sie nichts ernstes sind, aber... Ich werde sie niemals zu weit entfernen. Oh! Was ist das? Ha 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 ha. Ja, das ist das nicht mein Glück, der Ort. Äh, das ist nicht mein Glück. Ja, du hast mich nicht gehört. Oh mein Gott, du flattest! Wunderbar mal an! Ich weiß nicht, wie der das... Hier, was hier... Hey! Sag mal, wo sind denn die Viecher alle? Ähm, äh, links, rechts... Äh, hier, so... Keine Ahnung... Entschuldigung! Mutter! Michael! Ich bin tot. Michael wurde vaporisiert. Möchte ich es versuchen? Ja, probiert es noch mal. Wollen wir uns den ganzen Scheiß noch mal antun? Oder können wir gleich anfangen? Ah, this doesn't look like my happy place! Kann ich ja nicht Wasser wählen, ey! Okay... Aber wir können uns da noch bewegen, genau! Stimmt ja! Der Angst hat mich gut. Der Angst hat mich gut gut, dieses Mal! Sie sind in mir drin! Please, piss off already. Come on, ride it out. Get out of my head. I'm done playing games now. I'm done playing games now. I finally fucking lost it. I'll show you a bad trip, you son of a bitch! Yeah, baby! Keep it together! Get closer! Come here! Come here! Then I'll show you what I can do with a machine or a mini gun. Of course. Come here! Come here, be. Sie sind hinter mir! Jetzt wieder! Ich werde nicht mehr fangen! Du hast mich nicht rausgenommen! Wir sind noch nicht fertig? Noch mehr Freaks? Oh, Scheiße. Ich fühle mich nicht so gut. Und nach dem, die Licker-Kumpan haben eine Prohibition geöffnet. Das ist eine komplette Insanität. Ich denke, ich kann auf deine Unterstützung betrachten. Was ist gerade passiert? Was über das? Wir diskutieren die Globalisierung, das Staat... Bleib weg von mir! Aber es ist eine gute Grund! Bestanden! Unversehrt! Kontrollpunkt! Killkette! Abgeschlossen! Naja, Silber! Krass Wurzel Michael! Was habe ich eigentlich an Spezialfähigkeiten? Nichts! Nichts mehr! Nichts mehr! Yeah Baby! Wo habe ich denn eigentlich mal Ode geparkt? Ich wollte immer einen Platz auf Eclipse Boulevard! Da war, glaube ich, davon nicht gestanden, hm? Mal gucken, wer alles online ist. Äh... Natürlich! Mx vs. ATV live! Achso! So! Oh, wir müssen jetzt auf die Antwort von letzter warten! Na ja! Wo fahre ich eigentlich grad hin? Kann mir das einer verraten? Ich würde mal sagen, wir fahren hier rechts ab! Ich würde mal sagen, wir fahren hier rechts ab! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! die Augen! Entschuldigung! Absicht! Grün ist Franklin, ne? Das ist der Papa-Nazi. Was war denn das für ein Honk? Ähm, wir fahren, glaube ich, verkehrt, ne? Da drüben ist man aus. Wahrscheinlich eine Verkehrlosen-Weg, oder? Du Lappen. Du Schmieriger. Ich bin sorry über das. Aua! Au! Das muss weh gut. Das Auto ist weg. Ach, auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Das habe ich ja als Franklin benutzt. Naja. Egal. 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 Was ist das? Nein! Impotent Rage! Hat so ein gelbes Ding von mir dran ja hin! Ach du Pans, ne also... Schnell raus hier bevor ich noch... Den kann ich nicht umrennen, auch nicht schlecht. Ich gehe lieber da oben auf. Das ist party... Das ist party, klar. Komm schon, Trace! Was zur Hölle? Auch nicht schlecht. Keine Entfernung. Er ist mal nicht am Porno gucken. Ja, steht hier unten an der Treppe. Das ist lustig. Es ist nichts mehr als das. Geh weg! Hey Trace! Ich liebe dich Trace! J.C. Ich hatte wirklich einen schönen Tag. Ich hatte wirklich einen schönen Tag. Geh weg! Oh, was ist denn da? Porno Zeitschrift? Uh! Bra... Brattle! Brattle oder Brattle? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich habe etwas lustiges. Es ist nichts mehr als das. Geh weg! Geh weg! Es ist schon recht. Das Spiel zu speichern. Wieso? Da habe ich doch mein Handy für. Dann speichern wir doch in der Cloud. Oder? Spielstand anlegen. Ja, natürlich. Ja. Denke ich schon. Ja. Und wir machen hier Ende. Und sehen uns vielleicht online. Nach einer kurzen Pause. Mal gucken, wer da noch online ist. Naja. Bis gleich. Oder bis später.